Ich bin hier mit Jacqueline und wir waren schon für diesen White Belt verabredet vor zwei Jahren. Jetzt haben wir ihn endlich erlebt. Und wie ist dein Gefühl jetzt in deinem Körper? Fließend und es ist so befreiend alles. Und ich kann meinen Körper besser spüren. Ich fühle mich einfach frisch. Ich bin sehr wach. Sehr wach, frisch und fließend. Das hätte ich auch gerne. Also ich bin so begeistert über deine Transformation und was wir auch durch die Woche emotional erleben konnte, freisetzen konnte. Und ja, dass das endlich stattgefunden hat. Und wenn du überlegst, Nia White Belt in Person zu erleben, schau in meinen Kalender. Dann kannst du auch das Fließende, das Frische, das Befreiende in Person erleben. Viel Spaß dabei! Danke! Ciao!